Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute reite ich mal alle meine Pferde. Aber erstmal will ich mich dafür entschuldigen, dass es so lange kein Video mehr kam. Eigentlich soll ja so jeden dritten, vierten Tag ein neues Video kommen. Allerdings habe ich es letztens einfach nicht geschafft und ich werde es wieder probieren, halt so jeden dritten, vierten Tag wieder es hochzuladen. Aber es tut mir echt leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm. Und zwar werde ich jetzt erstmal die drei Pferde fertig machen, weil ich werde jetzt mit ihm trainieren gehen und später werde ich dann noch mit Lucky ausreiten. Ich habe jetzt alle drei getrenzt. Einmal hier Moondancer mit seiner englischen Trendse, dann hier Neptun mit seinem Miklam und Future hat auch ihre englische Trend. Die Süßen warten jetzt hier und jetzt mache ich mich auch noch kurz fertig. Ja, also wir sind jetzt da und ich werde heute Training bei 5 Meter hohem Gras machen. Leute, schaut einfach mal, wie hoch das ist. Das geht mir bis zum Bauch einfach, ja. Aber gut, ich werde es mal probieren. Ich werde es mal probieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja Leute, jetzt mache ich mal den Lucky fertig. Es ist etwas Zeit vergangen. Es ist nämlich jetzt schon 20 Uhr. Und wir machen also einen kleinen Abendausritt. Genau. So, der kleine Lucky ist jetzt fertig. Und dann würde ich sagen, können wir los auf den Ausritt. Und wir machen jetzt mal ein paar Mal. Musik Ja, Leute, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das sagt gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Würde mich mega freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.